Ja, jetzt in diesem Abschnitt soll es darum gehen, wie aus den Daten, aus dem Bitstrom letztlich etwas wird, was wir physikalisch übertragen können. Und dieses etwas wird heißt, wir machen aus den Daten letztlich ein Signal. Nun, was ist ein Signal? Ein Signal ist nichts anderes als eine physikalische Darstellung, die durch räumliche und zeitliche Veränderung von Größen beschrieben wird. Also beispielsweise eine elektromagnetische Welle. Wir sehen hier an einem bestimmten Ort mal eine solche beliebige Welle mit einer Amplitude a von t, die sich über den Zeitraum t so bewegt. Und bei einer Welle, typischerweise anders als bei einer Schwingung, müssen wir noch berücksichtigen, dass die sich durch den Raum bewegt. So, und genau das, diese elektromagnetische Welle, die stellt also das Signal dar, was wir für unsere Übertragung nutzen wollen. Wie kommen wir dazu? Also, wir kommen dazu, indem wir zunächst einmal hingehen und uns ein Signal an einem bestimmten Ort angucken und dieses Signal dann zu bestimmten Zeiten abtasten. Und das, wenn wir diese Abtastung vornehmen, das nennen wir dann eine zeitdiskrete Abtastung. Und diese Abtastung machen wir über gleichbleibende Zeitintervalle. Das nennt man äquidistante Zeitintervalle. Und damit sind wir in der Lage, das auf der Zeitachse zu digitalisieren. Das Gleiche können wir jetzt noch in der Ordinate machen. Wir können also auch hingehen und können die Werte als solches abtasten. Also wir sind noch an einem Ort und wir gucken uns dann zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Werte an und haben damit eine wertdiskrete Abtastung. Und wenn wir beides jetzt zusammenbringen, dann können wir aus einem solchen Analogsignal über die zeitdiskrete und die wertdiskrete Abtastung ein volldigitales Signal erzeugen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir wollen volldigitale Signale übertragen. Und um das zu tun, müssen wir uns wenigstens angucken, wie sind also solche Kenngrößen solcher typischen periodischen Signale. Bei einer Schwingung habe ich das hier nochmal aufgezeichnet. Eine Sinusschwingung a von t ist eben zum Beispiel über einen Sinus beschrieben, mit einer Kreisfrequenz Omega gleich so bf. Und wenn wir das dann übertragen oder Sie sehen auch im unteren Feld nochmal verschoben haben über eine kleine Phasenverschiebung phi, dann können wir auf diese Art und Weise Schwingungen beschreiben. Und wenn wir jetzt hingehen und daraus eine elektromagnetische Welle machen, dann müssen wir den Ort noch berücksichtigen. Ich habe das mal durch einen Ortsparameter x hier beschrieben. Und dann taucht eben neben der Ortskomponente gleichzeitig noch die Wellengeschwindigkeit aus. Und mit einer solchen elektromagnetischen Welle bewegen wir uns jetzt auf den Medien. Und um die zu erzeugen, brauchen wir eine bestimmte Kodierung, eine Leitungskodierung. Das heißt also, wir machen aus unserem Bitstrom ein Signal. Das ist hier dieses T, Groß T von T, Transmitted-Signal zum Zeitpunkt T, übergeben das über unseren digitalen oder analogen Kanal. Da können natürlich eine Reihe von Störeinflüssen auf diesem Kanal dieses ursprüngliche Signal beeinflussen und bekommen dann beim Empfänger ein entsprechend verändertes, ein modifiziertes Signal, aus dem wir unsere ursprüngliche Information wiederherstellen müssen. Und um das zu machen, brauchen wir bestimmte Anforderungen bei dieser Leitungskodierung. Also es ist ganz wichtig, dass wir bestimmte Eigenschaften dabei beachten. Zum Beispiel sollte der Gleichstromanteil möglichst gering sein, weil natürlich eine ohmsche Dämpfung da ist. Wir haben aber nicht nur eine ohmsche Dämpfung, wir haben auch noch eine Dämpfung im Bereich der frequenzabhängigen Dämpfung. Also eine Art Scheinwiderstand. Und wir wollen natürlich, um letztlich das Signal wiederherstellen zu können, auch nach Möglichkeit einen Takt daraus ableiten können, damit wir wieder eine Synchronisation herstellen können. Und wir wollen nach Möglichkeit in der Lage sein, die einzelnen Packungsdichten anzupassen daran, dass wir die Baudrate gegenüber der Bidrate eben entsprechend erhöhen können. Und letztlich ist es ganz wichtig, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir sozusagen schon auf dieser physikalischen Ebene auch eine Fehlererkennung realisieren können. Das heißt also, diese fünf Anforderungen sind Mindestanforderungen, die wir an unser Leitungscodierungsverfahren stellen sollten.